So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eigentlich sollte 15 Uhr ein Video kommen, was ich vorbereitet habe, nämlich im Prinzip die Fortsetzung oder was anderes zu dem, was gestern war. Aus aktuellem Ereignis müssen wir aber jetzt was anderes machen. Und ich weiß nicht, warum aber in letzter Zeit springt mein Avatar immer hin und her. Der steht jetzt hier oben beim Schachbrett-Tisch. Das müsste der Schachbrett-Tisch sein. Genau. Aber ich bin nicht da oben. Ich bin da unten, also hier bin ich. Der hüpft hin und her und dann wirst du wieder gebannt. Wie Lennart, als er gesagt hat, der war mal in einem Parkhaus und da ist sein Männchen hin und her gerannt. Und dann hat er eine Red Warning bekommen und dann war er gebannt. Also wenn ihr das seht, na Jentik, bitte bannt mich nicht. Ich habe einen Beweis, ich habe nichts gemacht. Das ist das GBS oder irgendwas anderes. Thema aber vom heutigen Video. Höhentour Las Vegas am Wochenende. Nächste Woche global, weltweit bei allen. Und jetzt wurden da Codes gepostet, Codes gezeigt. Das habe ich im Community-Tab schon mal reingeschrieben, wer das gesehen hat. In den News-Gruppen überall gehen da gerade Codes rum. Drei Codes für drei Spezialforschungen. Beziehungsweise sind es keine Spezialforschungen. Die wären ja rechts. Es sind begrenzte Forschungen. Die halten nur acht Tage. Und in den acht Tagen könnt ihr das abholen, einlösen. Und das ist für viele Leute interessant. Denn es gibt drei legendäre Pokémon. Gratis. Einfach so zum Abholen. Ich habe hier diese Grafike-Teile. Das seht man. Es geht zwar nur um Regirock, Regi-Eis und Regi-Stil. Die meisten werden die haben, weil die waren ja jetzt eh in den Raids. Oder wollen die gar nicht haben. Ich finde es cool. Mir fehlt noch ein 100% Regi-Eis. Die anderen beiden habe ich als 100. Aber ich möchte das jetzt mal einlösen. Ich möchte meine jetzt mal hier im Video abholen. Und gucken, wie gut meine drei sind, die ich da hole. Im Community-Tab habt ihr, wie gesagt, hier dieses Bild. Ihr habt die drei Codes da stehen, die ihr im Ingame-Shop einfach einlöst. Oder wer iOS hat, muss halt hier auf diesen Link, der da ist. Weil die keinen Ingame-Shop, also keinen Promocode-Feld im Ingame-Shop haben. Die müssen das immer über die Niantic Labs Rewards-Seite machen. Das ist jedes Mal wieder das aktuelle Thema. Ich habe die ersten zwei schon eingelöst für Regirock und Regi-Eis. Regis-Deal, den habe ich in der Zwischenablage. Gehe deswegen jetzt mal in das Spiel reingehe, in den Shop bis ganz runter. Denn da haben wir hier das Feld mit den Promocodes. Da kann ich den jetzt einfügen. So, auf Einlösen drücken. Da seht ihr, der ist verschwunden. Da passiert an sich nichts. Man denkt, das hat gar nicht funktioniert. Zur Sicherheit starte ich auch die App mal ganz kurz neu. Weil, wenn ich jetzt auf den Heute-Tab gehe, kann sein, dass man das noch nicht sieht. Aber durch das Neustarten der App müsste das jetzt funktionieren. Dass alle drei Forschungen da sind. Wie gesagt, wenn ihr also Android-User seid, könnt ihr das einfach beim In-Game-Shop unten bei Promocodes eingeben. Wenn ihr iOS seid, müsst ihr das halt anders machen. Da müsst ihr auf diesen Link. Der ist aber im Community-Tab. Ich werde die Codes auch nochmal in die Beschreibung packen mit dem Link. Ich werde es nochmal als Kommentar anheften unter dem Video. Die drei Codes mit dem Link. Dass das wirklich jeder sieht und jeder hat. Ihr seht, endet in acht Tagen und sechs Stunden. Solange hat man also Zeit. Und habt jetzt für alle drei hier diese Forschung. Legenden Nummer 377, 378, 379. Ihr müsst für alle drei einen fabelhaften Wurf landen und drei Feldforschungsaufgaben abschließen. Ich stehe jetzt, der springt schon wieder hin und her. Ich habe jetzt hier drin, lande fünf gute Würfe, drehe drei Pokestops oder Arenen. Ich würde, sobald ich irgendwie wieder da unten lande, wo ich eigentlich stehe, bei mir zu Hause gerade noch, die zwei Stops drehen. Wir können aber mal die fünf guten Würfe probieren, indem ich in meinen Queststabel rumwühle und schaue, ob wir hier irgendwas haben, machen können. Hier ist ein Yanmar, das ist wieder mega schlecht, weil der halt so viel rumhüpft und macht. Ja, und schon haben wir auch daneben geworfen. Ich glaube, den müssen wir überspringen, den versuchen wir einfach schnell einzutünen und dann aufs Nächste zu gehen. Er ist zwar jetzt drin geblieben, aber gut, das ist jetzt egal. Müssen wir mal kurz gucken, sind wir unten, wir sind unten. Ich drehe mal ganz kurz die zwei Stops, beziehungsweise Stops und Arenen funktionieren wir. Ja, wir drehen auch diese Arena hier, die gelbe. So, jetzt habe ich als eine Aufgabe eigentlich schon fertig. Ich muss nur fünf gute Würfe machen. Probieren wir es mal am Dummisel. Und jetzt, genau jetzt hat er angegriffen. Und daneben geworfen. Ach man, es ist doch echt so Mäusenmelken. Probieren wir es. Was spinnt das denn so rum? Hier, Schneebedeck. So, fünf gute Würfe. Da ist sogar der einfach Fabelhafte drin. Der dürfte gefangen sein. Wir brauchen also noch vier gute Würfe. Der Fabelhafte ist schon abgeschlossen. Wie fliegt denn der Ball jetzt plötzlich so weit? Das kann doch nicht sein. Hopps, Spross. Und wieder zu kurz. Und er wehrt wieder ab. Das ist, wenn alles nur in Stress und Hektik gemacht wird. Normalerweise habe ich ein Video vorbereitet. Der PC hätte heute ausbleiben sollen. Wir hatten nun andere Dinge noch zu tun. Nun, jetzt habe ich gedacht, nehmt das trotzdem halt mal kurz auf. Das ist vielleicht trotzdem irgendwie cool. Für die Leute, die das noch gar nicht gesehen haben, die nicht in den Community-Tab gucken, gar nicht wissen, wo überhaupt ein Community-Tab ist. Dass die das auch ja mitkriegen, dass es gerade so eine Forschung gibt. So, war das jetzt der letzte? Genau, der letzte fünfte gute Wurf ist da. Der einfach fabelhafte Wurf ist da. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Die habe ich ja alle jetzt hier aus den Feldforschungen, ob da irgendwas Gutes dabei war mit gutem IV. Und 98er Miraplar ist da dabei gewesen. Das war das Highlight. Sonst nichts. Und jetzt können wir hoffentlich hier, also das muss man ja auch noch abholen, damit das da drüben zählt, also die auch noch fangen, die drei Sachen, damit hier diese Forschungsaufgaben abgeschlossen werden. Jetzt können wir die nochmal bewerten, die zwei Dummiesel, weil wir die jetzt aus den Aufgaben haben. Das sieht auch gut aus, das sieht schlechter aus und haben jetzt hoffentlich hier drüben unsere drei legendären zum Abholen. Alle aus der Forschung, alle auf Level 15, was ganz besonders ist, denn so hättet ihr die Möglichkeit, alle drei in der Superliga zu spielen, was sonst ja nicht möglich ist. Schilling hat letztens in dem Video auch nochmal gesagt, dass das ja aus Raids nicht möglich ist, weder mit Wetterboost noch ohne Wetterboost, auch durchs Tauschen, man einfach nicht unter diese Linie kommt. Da bräuchte man schon sowas. Und komischerweise, kurz danach haut ein Yendik sowas raus, dass ihr es auf Level 15 kriegt aus einer Forschung. Das ist schon genial. So, ich will eigentlich Zeit sparen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal die silbernen Bären. Die bleiben ja eh drin. Die können gar nicht fliehen. Das heißt, ihr könntet gelbe Bären nehmen für doppelte Bonbons und könntet mit roten Bällen die ganze Zeit werfen, bis es vielleicht irgendwann mal drin bleibt. Aber wir nehmen jetzt die silberne und einen gelben Ball, damit das vielleicht ein bisschen beschleunigt wird. Regirock. Habe ich einen Hunderter in Glücks auf Level 50. Ist also eigentlich egal, was mit dem wird. Ob man den in der GBL nutzt, man weiß es nicht. 15, 15, 12. Hat recht gute IV für GBL natürlich dann wieder ungeeignet. Ich mache auch direkt mal einen Stern dran, dass wir den nicht aus Versehen verschicken. Jetzt kommt der nächste hier. Das müsste jetzt der Eis sein. Auf den kommt es eigentlich an. Das ist der Wichtigste. Wenn das ein Hunderter wäre, das wäre mein absolutes Highlight. Das wäre für mich der Schocker der Woche. Weil genau der fehlt mir noch von dem Trio als 100%iger. Ich mache jeden Tag, wenn ich einen Glückstausch mache, sage ich, ich möchte Regi-Eis. Ich möchte Regi-Eis. Die Leute tauschen Regi-Eis. Die meisten haben nicht mal Regi-Eis, weil sie sagen, sowas heben sie gar nicht auf. Das schicken sie weg. Ich habe schon über 100 Lucky Trades jetzt gemacht. Auf der Suche nach dem 100% Regi-Eis. Ich habe noch keins. Und es ist... Es hat drei Sterne. 13, 14, 15 ist eine kleine Treppe, aber es ist kein 100 da. Und wir holen natürlich noch Regis-Deal ab. Jetzt hier aus dem letzten Teil, aus der dritten Forschung. Können natürlich auch shiny sein, habe ich ganz vergessen zu sagen. Theoretisch habt ihr auch die Möglichkeit, also wenn ihr diese drei Codes einlöst und diese drei Forschungen bekommt, dass ihr vielleicht noch ein shiny von denen bekommt. Vielleicht gibt es sogar Schocker der Woche, wenn einer aus den drei Forschungen drei shinys bekommen hat. Das wäre wirklich der Oberhammer deswegen. Hol das alles ab. Hol das ab. Wie gesagt, es steht im Community-Tab die Codes. Die stehen in der Beschreibung hier die Codes. Die stehen angepinnt als Kommentar die Codes. Plus auch die Seite, wo ihr das abholen könnt. Der sieht ja genauso aus wie Regi-Rock. 15, 15, 11. Ich glaube, der andere war 15, 15, 12 oder so. Egal. Das waren meine drei, die ich jetzt abgeholt habe. Ich stehe schon wieder da oben. Rest ist egal. Würde sagen, viel Spaß dann mit den drei Codes. Viel Spaß mit den drei kostenlosen, legendären. Schreibt mal rein. Habt ihr ein shiny da dabei gehabt? Was ist euer Bestes gewesen davon? Oder was habt ihr so an Werten da rausgezogen? Und was sagt ihr zu diesem kleinen Superbonus, den uns Niantic hier hinterher geschoben hat? Ich fand's cool. Spannend, spaßig. Brauche ich aber auf den kleinen Accounts nicht machen. Uninteressant. Der Main ist der Main. Mehr nicht. Der hüpft hier so lange weiter rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Denkt dran, die Nacht kommt. No Escape von WWE. Aber das gucken wir dann morgen Nachmittag erst. Also, ciao.